hallo zusammen heute im wunderschönen wald wo noch wald ist denn da nicht kein wald mehr mit dem kollegen der uns guidet hier wie immer heute dabei schmiedchen schleicher mit den elastischen beinen wo die frauen anfangen zu weinen da ist unser trail einstieg wir fahren jetzt los so ready ich mache ein video weil ich muss nur eine kamera nehmen also diesmal gibt es ein video leute da ist ein ich meine ein double wer drin gut der ist sowieso du merkst ihn wahrscheinlich gar nicht richtig gerne dann gut sehr dubbel was passiert richtiger leben wohl hör auf schön diese schön aber macht spass auf jeden fall gabel bisschen weiter machen aber jetzt ein bisschen was zu tun also ohne scheiß genau meter vor dem double gelandet unternehmen jetzt weiß ich auch was du meintes mit double ja sorry ich habe gedacht da wäre so ein ding jetzt ich habe den nicht gesehen also gebe ich mal ein bisschen mehr gas da habe ich den ohne senke das eine ding abgesprungen so weiter geht hier im tiefsten dschungel wechselt einmal über den weg ja aber bis jetzt sehe ich noch nichts hier ah ja ah ja ah ja ah ja ah ja anlieger putze anlieger anlieger Tor gebaut jawohl sehr schön was passiert ich bin hier hier gehts weiter hier gehts weiter hier gehts weiter Hey man. Der Schleicher ist wieder am Ende, Alter. Hör auf Schleicher. Hast du ein Beweisvideo? Alter, hast du gesehen? Die Pedale, Alter. Ich habe irgendwie... Sturzbereich da unten. Marcello am Boden, Alter, Marcello am Boden. Marcello am Boden. Boah, das ist tödlich, so ein Ding, ey. Boah, haben die alles... Wo ist das denn hier für ein Droppel, ey? Geil, Mann. Marcello am Boden, Alter. Boah, an so einem Ding hängen geblieben, an so einem scheiß abgesägten Teil, Alter. So hoch war das Ding. So hoch, Alter. Und ich bin mit dem Blätter hängen, ey. Ich dachte, was ist die Essen los, ey. Geil, Mann, geil. Er schiebt jetzt oder was auch an. Geil, Alter, geil. Aber das Ding müsste man eigentlich mal absägen, ey. Ist ja lebensgefährlich, ey. Du kommst aus der Kurve und fährst direkt drauf zu, Alter. Mit dem bin ich aber auch hängen geblieben, aber ich bin noch fast weggekommen, ja, ja. Du hast den richtig... Ja, voll. Ist doch kein Wunder. Also der Trail hat uns kein Glück gebracht. Erst bremst er... Ja, vor dem scheiß Baum da oben, ne? Jetzt wird das Hinterrad wieder weggegangen. Ach so. So, dann kommst du und hast dicke Backe und fliehst direkt auf die Fresse. Ja. Wie sagt er... Oh, oh. Lager kaputt, also. Na ja, müssen wir wieder aufhören, oder was? Ne, ne, ach Quatsch, ich fahr weiter, bis es auseinander fällt. Glauben wir, Alter. Ich heiß nicht, äh... Weiß ich nicht, wer... Brosche? Der Brosche hört wegen der Sattelschütze auf, Alter. Ich nicht. Ja, das war auch scheiße. Ja. Wer war denn mit der Sattelschütze? Sind wir eine Tour gefahren, ist mir das Ding hier oben so abgezwirbelt. Aber Sattelschütze halt so. So, dann fährst du halt nicht mehr, weil die hat halt keine Möglichkeit zu abanziehen. Okay. Ach, Leute, guck mal wie schön. Endlich mal ein bisschen Lorenz-Wetter. Feinstes Wetter, feinste Trails, feinste Tour, feinstes Bier gibt's gleich. Feinste Leute, alles vom Feinsten. Bis gleich auf den nächsten Trails. Im schönen Italien hier. Der türkisfahrende Wasser da, hier, richtig in Italien sind wir. Hast keinen, ey. Da vorne auf, die Pfütze. Mhm. Hier kommt euer Pflaster, ja, Leute. Wer muss kontrollieren? Wer muss kontrollieren? Alle, ey. Ehrlich? Wo die Reifen, ich tue die sind. Deine auch. Ja. Oh, Alter. Du sollst nicht eingefahren sein, hier sollst du mal mehr Leute durchsachen. Pitchery Trail. Aua, ist so krass, ey. Der ist scheiße, ne? Guck mal, die Reifen, die Schuhe sind alle mega zu, die Reifen, ey. Was? Und dann mach mal dein Ding da weg. Bist du schon wieder? Gott, ey. Da ist es doch sehr cool. Wo denn? Ja, mach doch doch mal richtig, Vater, ey. Mann, ey. Wie hast du denn so wieder angezogen? Ja, wirklich nicht, ey. Ich glaub, meine Buchse ist nass. Ich glaub auch. Wo müssen wir denn längs? Da rein? Links. Können in die Hose geschließen. Aber wie? Uah. 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 Junge. War, 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 weiter, 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 weiter. Ich komm da nie rum. Ah! Gud. Uah. War, 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 war. săböten, Schöne ist, der hat immer einen Gründen drauf dabei. Immer, der freut sich des Lebens einfach. Verstehen soll, wie der Trail ist. Fahr jetzt mal runter, ich brauch Bier, komm, du brauchst mich zu lange, hab noch keinen Schluck gehabt heute. Boah, ey, die kommt Schlag auf Schlag hier. Hör mal. Mann, ey. Wow, Power Slide über dem Vorderrad, hör mal. Hast du gesehen? Ist doch schön, dass du so mitfieberst. Boah, ey, die sind aber auch echt arschlöcherhaft hier. Die Kurven. Oho, Florida. Hauptsache wird langsamer, ne? Ich hab nur gesehen, Alter. Hauptsache wird langsamer, dass du erst recht reinfährst. Hier raus ist Kacke. Ja, aber der andere sieht ja, der Seite nach links ist jetzt noch scheißer. Scheißiger. Noch scheißiger. Noch scheißiger, ja, ja. Ich hab nur zwei Bier gehabt. Aber dafür hast du zwei Promille. Ach, nein. Aber so wie du dich anfühlst, ja. Ich fühl mich, nein, nicht wie zwei Promille, da kann ich nicht laufen. Levo. Du sollst uns laufen, du sollst fahren. Richtig. Abli, fucking fly. Du bist nicht betrunken, ne? Nein, leider nicht, Alter. Ich hätte ja die Mochello saufen müssen, dann wäre ich glaube ich blau. Das liegt ja an dir. So, jetzt können wir fahren, jetzt hab ich Wasser getankt, hör mal. Jetzt bist du ja nüchtern, ne? Wie neu. Jetzt sind ja alle nüchtern, wenn du den noch länger brauchst. Hast du den Pinsel jetzt da oben drauf? Ja, klar. Mein Gott, ey. Pass auf, dass du am Asten hier hängen bleibst. Kannst du denn die nach vorne beugen, oder was, ey? Ja. Achso. Ich drehe am Kabel, ey. Neue Line hier einfahren, vielleicht? Was eine krasse Scheiße hier, ey. Ist das geil? Lass doch Bier trinken. Neue Line erwischt. Spurgetreu ist man mit den Reifen hier nicht. Die Reifen fahren da hin, wo sie wollen, aber nicht wo ich will. Ich drehe ab, ey. Boah, wo fährst du denn hier am besten? Hör mal. Was ist das? Ich lege den hier aufs Maul. Ja, möchtest du dann vor, oder? Ich muss diesen filmen. Okay, scheiße. Okay. Was heißt hier, leg den hier aufs Maul? Boah, Levo, komm, Levo, 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 Levo. Boah, neben der Spur, neben der Spur. Wo bist du? Oh, der ist da zugewachsen wie Norbert hier. Junge, was ist das denn hier? Ich habe keine Kraft mehr in der rechten Hand gehabt. Kommt mir nicht mehr festzuhalten. Na, ist nichts passiert. Ich bin besoffen. Tief durchatmen. Endspurt. Ich habe die rechte Hand losgelassen. Dann kam der Wurzel und konnte nicht mehr packen. War so. Ende. Da habe ich mich hingelegt. Ich sehe Fahrer, die blau sind, ey. Ich kann davon nicht mehr packen. Wie geil, ey. Einfach Schwächsanfall hingefallen. Woops. Ja. 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 Du hast schon keine Faso von dem Ding oder was. Hast du das nicht mit deinem Imbus oder welche Musik? Nö. Ja, die von dem Kettenblatt. Hahahaha. Was verbraucht wir denn das rein? Das haben wir nicht dabei, boah. Da habe ich übelst geschrubbt, das Kettenblatt. Das hat richtig aus dem Auge gekriegt. Ach so, die. Scheiße dran zu kommen Da kommt er Kann er Beim nächsten Service alles ersetzen Ich verwichsert jetzt hier Mein Name ist Multitool Macken rein Gib mal da eins So fertig Ich drehe am Kabel Das ist schon hier wieder Letztes Stück Geil Mann, geil 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 Alle überlebt Er lacht wieder Er lacht wieder Er fällt zu kurz Das fällt zu kurz Okay Coco Jumbo, ja Enduro Vibes Enduro Vibes Was? Alles Zenturo Vibes Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Marpa! Was ist das denn? Schnecke! Da ist die Schnecke! Ehrlich? Die Schnecke ist normalerweise, um hier den Gap zu fahren. Ja. Du kannst aber auch einfach hier... Ja, der ist gleich mal! Oh, Wiesen! Oh Mann! Oh! 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 ja junge das ist dann fährst du doch nicht so wie soll der kollege fährt auch außen ja weil das nix zum fahren ist ja stehen bleiben und ein zeigen was für schicken wenn du einmal stehen bleibt da oben rollst du da nicht so einfach ich habe auf die gewartet und bin reingerollt du ich nicht ich nix ich nix diese ich nix diese hier wird die käme mitnehmen auch guck mal hier kannst du auch runterfahren ja siehste das ist andere line das ist doch nix zum fahren wieso was ist da da ist nix okay keine strecke gar nix ja ich habe gesehen wie das geht richtig ich muss da runterfahren du musst dir den hals brechen und wenn du krank aus bist du bist nicht so schlimm wir mal dasselbe du musst da runter ja ich fahr nur ein cube ja berg auf kannst du nicht aber hier unter kannst du mir ein stückchen noch platz machen ich weiß nicht wieso braucht er visuell warte ich schick dir die käme hoch dann geht das nur mut arsch nach hinten das schaffst du da ist siehst du siehst du wunderbar so können wir uns gegenseitig verarschen alter legt sich so am berg an und dann runter war ja du bist der könig ja ich bin oben schlapp in der nudel man sagt niemals letzte abfahrt niemals so wir machen danach noch zwei ob du willst oder nicht ob du willst oder nicht wir machen noch zwei der akku ist noch voll junger hatten gepäze hier geil junger unbedingt andere reifen soll das mit dem wasser krasser scheiß der hätte aber gut gehämmert ey ich bin tot und bist du saubefriedigt hast du ja unterwegs noch so wir sind fertig ob das schmiedchen gesehen wie er fahren kann überhaupt nicht viele stürze gas bei ihm bei mir ist ein stück und viele viele fahrfehler hat er gemacht alles gut so wir sind fertig die beiden können nicht mehr ich wäre genau 1000 meter gefahren auf den levo fahrer hinten gewartet die ganze zeit der war deswegen kann ich nur weiter abfahren weil ich war mir die für mich ist der ab im mittel zum zweck super er ballert da hoch wie der ist ein xc fahrer hat er ist weiß ich nicht dafür kann er oben nicht mehr kann er oben nicht mehr runterfahren weil er erschöpft ist ich hunger habe kollege so wir sind weg bis zum nächsten mal